Hey, Tiroler! Wow, es ist los! Oh mein Gott! Du, die Lappe! Hey, Michael! Sind die jetzt deppert worden, die Österreicher? Ja, die sind schon alle deppert gewesen! Das gibt's ja nicht, die schießt ja ja gleich erst! Ja gut, du, ich komm auch die Zentrale an! Opa, schießen dürfen! Ja, warte, ich frag gleich mal die Zentrale! Hab ich eh gesagt! Ey, Zentrale! Wir haben da so einen wild gewordenen Oberösterreicher herst! Dörfen wir da vielleicht ein bissel drauf schießen! Ja, und zwar, dass sie Warte, ich glaub ich! Okay, wird erledigt! Ey, Michael, hast du vielleicht nur so eine Granate vom letzten Mal? Ja sicher! Ich glaub, die ist nicht scharf! Ich glaub, die sollte ich mal verwenden! Was war denn das für Granaten? Das hat ein Scherwerer gemacht erst! Wahnsinn! Ja, die waren noch aus dem ersten Mal gekrieg! Wahnsinn, das war so aus dem Heim he! Super he! Kom damit, wir haben sich und es gibt mal keine fackle хweller! Schweiden? Ja, die werde nicht erwähnt! Auf diese direktekregen, in die G stealthen ist worden!